Der FC Augsburg holt wieder einen ganz, ganz wichtigen Sieg und wieder ist es Berischer, der für Augsburg zum goldenen Spieler zum Matchwinner wird und wieder ganz, ganz wichtige drei Punkte holt im Abstiegskampf. Und Augsburg ist jetzt wieder nur noch drei Punkte hinter Leverkusen, die jetzt ihr zweites Spiel hintereinander verloren haben. Also mal gucken, ob der Abwärtstrend da wieder vorhanden ist, aber ich hoffe es mal nicht für Leverkusen, aber Augsburg gönne ich das auf jeden Fall, dass sie nicht absteigen. Es war ein sehr, sehr kämpferisches Spiel, ausgeglichenes Spiel. Leverkusen natürlich mit mehr Ballbesitz, das war aber auch zu erwarten. Und es war dann in der zweiten Halbzeit Berischer, der durch ein wunderschönes Tor sein fünftes oder sechstes Saisontor macht. Ich schreibe mir das mal in die Kommentare, aber ich glaube es war sein sechstes. Und ob nun verdient oder nicht, die Augsburger, die wird das sowas von nicht interessieren, weil drei Punkte sind drei Punkte. Und mit 21 Zehnern jetzt auf dem Konto steht man sehr, sehr gut da. Und ich hoffe es wirklich sehr, dass sie die Liga wieder halten. Es ist ja jedes Jahr ein ganz, ganz großer Kampf von Augsburg, in der ersten Liga zu bleiben. Aber Leverkusen muss sich einfach vorwerfen, gestern zu wenig getan zu haben, beziehungsweise die Chancen nicht genutzt zu haben. Und Augsburg hat halt einen Berischer, der den Unterschied machen kann. Dafür haben sie ihn ausgeliehen, dafür haben sie ihn geholt. Und wer weiß, wer in Augsburg Gefallen daran findet, kaufen sie ihn vielleicht sogar. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.